Vincent, 같이 축구할래? Hey Vincent, magst du Fußball spielen? Nein, 미안해, Albert. 지금은 축구 못해. Nein, leider nicht, Albert. Ich kann jetzt nicht. 왜 못해? Warum kannst du nicht? 어디 가야 하거든? Weil ich jetzt hinausgehen muss. 어디 가는데? wohin gehst du? 치과에 가야 해. Ich habe einen Zahnarzttermin. 언제 돌아와? Wann kommst du zurück? 1시간 뒤에 돌아와. In einer Stunde. 알았어. 그러면 우리는 축구장에서 기다리고 있을게. Okay, wir werden dann im Fußballfeld auf dich warten. 너희 몇 명인데? Zu wieviel seid ihr? Wir sind zu neunt. Wir sind zu neunt. Robert. Alexander. Ingrid. Und noch einige Freunde. 알겠어. 1시간 뒤에 보자. Okay, wir sehen uns in einer Stunde. 1. 2. 2. 3.